ich muss ja mal das portal noch da ist jetzt noch zur eisendrinne gewesen denn der kryp da eben gerade ja ich suche die nur gerade wieder ich wollte sagen jetzt muss ich nur noch finden ja ja ich glaube irgendeine von dem dort in dem bereich verprügelst du wieder gerade die katze oder es klappert schon auf akku geboostet ist der kleine viel zu nah an der ebene rumschleichen hier aber ich noch genug letztens da dachte ich naja in den anfang sind der inborn herz will man sehen ja das stimmt allerdings ich gucke jetzt noch mal hier rein ich glaube hier haben wir schon ruhe leer ja schön alte rinde hervorragend topi ist nicht mehr drin in der kryp da da wo wir das ding im monster getötet hatten da war noch was ja ich weiß aber die findet man nicht oder doch doch das ist hier so ich dachte ihr habt ja schon ja ich denke ich würde die nur gerne mal abkreuzen hatte ich so weit weg die war schon weiter weg ja die andere rechts daneben habe ich aber die ist auch schon abgekreuzt als glaube ich gerade drinnen bin ich glaube die kreuze bringen nicht da müssen wir wirklich auf die fackeln gucken die kreuze hatten wir ja wegen puddeln dachte ich ach so ja stimmt ja außerdem ja blöd dass die pinks nicht bleiben ne die gehen leider weg da ist ne krypt da vielleicht könnte es die gewähne sein das müsste sie eigentlich sein das sieht glaube ich auch ganz gut aus das sieht glaube ich auch ganz gut aus ja hier ist auf jeden fall doch eisen aber ich glaube wir hatten noch mehr hmmm dann ist hier drüben links die nächste krypta aber da ist die fackeln auch schon weg ich denke wir haben es ja auch ich gucke trotzdem mal schnell rein die letzten drei waren eigentlich noch gut aber vielleicht hab das ja schon leer geräubert das kann natürlich sein da wird halt drei trofäden hier i'm rich noch mehr brauche ich nicht ruhe leer jo die ist auf jeden fall auch erledigt es wird übrigens dunkel ne wenn man sitzt irgendwo aber die hinten sind auch leer okay dann haben wir die tatsächlich alle schon schnell gemacht ich dachte die hinten ganz hinten sind alle noch nicht wo waren wir denn am schluss ach ne die da unten sind noch weiter im süden dann sind noch nicht gelootet diese richtung da können wir ja weiter mit dem schiff hinfahren oder nicht ja äh können wir da mit dem schiff hin ja ich würde hier rumfahren und die kapalte abfahren irgendwo okay ja soll ich hier auf euch warten oder soll ich losfahren äh du kannst ja hier auf uns warte mal ja vielleicht eben wir uns an der seite einsammeln hier oder hier oder äh gänge da du wirst nicht wie gut wir da haben eigentlich hier geparkt irgendwo aber ich kann jetzt hier einfach auf euch warten da verteidige ich noch kurz das schiff es wird ja auch nachts ja wenn wir zusammenbleiben ja pick mal ein bisschen ich habe schon keine ausdauer mehr verdammt naja da fühle ich mal hin da ist neuer sparen punkt komplett aufgetaucht hervorragend das brauche ich jetzt hier aber auch nicht jetzt hier ja dann die ausdauer ist echt belastend ja weil ich nass bin und mich mehr erholt wir sind fast da geist ja man hat mich gesehen das ist lila, wir haben einen geist ja einen toilettenlokus geist ich kam hier nicht drüber geist ist tot da hast du schon alles eingepackt ja durch zur not habe ich auch noch jetzt hier die ding ist weg knüppeln ja ja gut die kisten können wir da lassen, man soll es ja oh scheiße da war ich gerade ein wenig zu ja zu voreilig ins wasser gestürzt mit ohne gelbe linie kann es losgehen kommandant wo sollen wir denn hin ja ich hoffe das jetzt hier rechts nicht gleich er hat ja schon richtig viel aufgedeckt ja ja guck mal da ist worden gerade ein voll dort siehst du die Fackel ja ist er eben ja ja der sumpf ist glaube ich komplett eigentlich fast ja insgesamt 12 15 15 oder so ja war wirklich gut ja ok richtung ist gut ich habe hier immer noch ebenen angezeigt wahrscheinlich ist da rechts da drüben wieder ein schnitzel ja stimmt kleine ecke ja weiß nicht ob das nicht reicht um so einen scheiß defkito zum beispiel zu scornen ja möglich aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt zwingend herausfinden das möchte ich jetzt nicht unbedingt zwingend herausfinden ne ja ja da muss ich mal die angel irgendwann mitnehmen auf eine Tour ne ja ja wir haben nur eine ange aber ich habe die köder hergestellt mal diesen klebrischen da sollte ich irgendwie mehr zeug fangen haben wir es doch schon fast ja jetzt müsste ich eigentlich ja genau heran fahren ein bisschen fahrt weg ein bisschen fahrt weg wir können natürlich auch noch ein bisschen weiter links wo du es vielleicht hält ja 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 ohne fahrt hinaus in den sumpf in den sumpf bei mir zuckelt sich gerade etwas ab oh ja sieht doch aus als bin die am portal stehen ja nein 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 oh scheiße wir haben eine trolle hinter äh gnome äh Gothel hinter uns ey äh hörst du nicht lachen ja fuhm und da klappt also schon wieder bloß der Eke ja alles nicht der ist doch nicht sogar diese scheiße nicht gut doch okay dann fahre ich mal dem schiff jetzt darum um den baum lande davon ist zumindest ein gut ja ich sehe es scheiße oh komm ja das war ich geiß doch man ich bin auch ein skelett 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 zwei skelett haben hier ein schlundegel so die fackel da rechts war jetzt nichts besonderes oder ja hier waren wir schon letztens das war diese städte in der mittel steht hier mit dem geschichte der trau da warum denn das wer ist in der krypter der krypter ist voll mit dem frau okay okay wir haben die wohl nicht leer gemacht oder und und das freut uns doch aber ja sumpfmonster platt machen ja ich 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 habe keine ausdauer das kotzt mich an hier ich bin fast tot dann fragen wir noch hey hallo warum sink ich denn hier an dem boden ein was ist denn das für ein scheiß das 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 wh 135 da kommt doch und aber gleich wieder diese bis zur seines die hinkrie es noch gar nicht geloot произrichtigt das nachdauer drinnen hängen In der trauer 50 Möchten wir mal gucken dann. Ja, vorsichtig. Wir sind noch gleich am Start. Oh ja. Einer ist down. Kommt wieder zurück. Oh, da ist der Nächste. Ach, der ist ins Ohr. Da waren wir noch nicht drin eigentlich in der... Ah, ich bin durch. Uh, 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 ich muss auch raus. Ja, die dort. Aber vor der Tür steht jemand. Und macht gerade seine Aufwartung. Nur so zur Info. Eieiei. Kann was werden, hier sind zwei Sterne. Das dauert auch gut. Wieso brennt der nicht mehr? Hallo. Hallöchen. Sollen wir mal schnell rüber. Wie geht's euch? Blech. Wir sind tot. Zweite? Ja. Das ist ja scheiße. Ein Glück, dass ich hier gerade ohne Ausdauer oben auf dem Dach stehe. Ja, machen wir wieder so Sumpfmeisterplatten. Er denkt's, was ich gerade vorhabe. Es geht gerade wieder weg, wird aber gleich wieder kommen. Ich hab nur noch 33 Feuerpfeile. Das kotzt nicht an. Jetzt ist es erst mal weg. Welcher Spot da war das? War das das hier? Ja. Jetzt kommt's wieder. Ist das nicht schön? Ich liebe diese Sumpfmonster. Ist wenigstens Tag. Ja, das hilft dann bitte. Also, wir müssen weniger Geister, ne? Ah. Oh, nein. Oh, ich muss gerade zurückgekommen in der Besuch hier. Ich glaube ohne Wünsche. Ich glaube, er ist gleich tot. Gut. Ich bin da mal rein. Und das wird aber hoffentlich weiter. Da fehlt vielleicht einer. Ich komm gleich mit, aber scheiße. Ausdauerkotz. Ach. Ach, geht's nicht an. Hornplatz. Oh, 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 oh. Ich geh wieder raus. Stirb doch endlich. Ein und grausam so jetzt. Sumpfmonster is dead. Ich komm mal mit rein hier. Machen wir. Wo is es? Oh! Oh, ein Zweiertrauge. Oh, gärlig, schön. Ich bin gleich tot. Oh. Scheiße. Ich muss mal raus. Ich bin gleich tot. Alter. Boah, da wollte einer mit einem Fall auf mich schießen. Ja, das sind leider feilen Bogendrauber. Die hauen gut durch. Die Luft ist rein. Okay, da komme ich jetzt auch wieder rein. Jetzt ist die noch nicht gelootet, die Krypto. Ja, aber ich habe nur 25 Energie. Das ist das Problem. Ja, jetzt ist es ja safe. Ach so, hast du weit umgebracht? Hast du alles wieder angezogen? Ja. Was du jetzt mit reinfundest, hast du mir noch lange genug abgelenkt, dass ich mich einkleiden würde? Freut mich. Boah, da hilft mich. Nachdem ich halt gestorben bin. Oh, schleimig ist mit mir. Oh, ich glaube, hier hinterher sind auf jeden Fall welche. Könnte sein, ja. Die ist vorne, so wie es sich das an den Kriegen her anhört. Vielleicht kriegst du den wieder mit deinem Hammerchen kaputt. Ja, wenn ich schnapp noch ran komme. Du darfst nur nicht bis ganz ran gehen. Ja, dahinter ist auf jeden Fall. Ich muss noch ein bisschen hier ran. Da ist auf jeden Fall ein Draugau da hinter. Ich schnapp mal hier die Seite auf. Oh, scheiße, Bogen. Sogar erwischt der Affe. Oh, ja. Oh, das wird schaden. Zum Glück ist es kein Sternetrauger mehr. Der macht nur zwei Schaden hier. Ich habe noch meine Holzrüstung. Ja, ja. Alter, leider nicht wie er aus hat, aber halt vom Bogen und so ein bisschen. Ah, bei dem einfachen Taugern geht das schon. So, Bogen ist jetzt aktuell beendet. Oh, ist Hilfe drinne. Oh, hier ist ein 16 Eis in der Kiste. Ich packe mal ein bisschen Zeug rein. Ja, dann kann ich das ja schon mal zum Schiff bringen. Die sind eh schon wieder kaputt. Ach so. Also, wir haben hier keine Eisenspitzhacke gebaut, Nina. Nee, ich habe noch die Geweih-Spitzhacke. Ja, die ist halt hier wirklich... Also, kannst du die Bronze-Spitzhacke aus der Truhe mitnehmen, wenn du willst. Okay. Dann nehme ich die mit. Ja, die Geweih habe ich immer noch mit, aber wie gesagt, die geht halt zu schnell kaputt, ja. Perle und Münzen, herrlich, Erde mit. So, hier hinten geht es nicht weiter. Pilzen. Oh, hier ist ja auch noch lauter Eisen drinne. 40 Eisen. Wo war denn unser Portal? Ein Schiff am Wasser. Das ist ja nicht. So, weg. Eisen-Pfeil. Eisen-Cabby. Das ist ja kein Platz im Inventor. Da ist es. Und wie gesagt, du mal rübergrenzt das Haar durch. Und wie gesagt, ich habe schon wieder die Action dahinter. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich noch meine Spitzhacke... nicht mehr Empfie hiereln. Dieここ mit dir. bored cilantro- Wenn man das. Oder Europa wäre ja auch eine Spitzhacke. Es ist ja, man- so, ich habe, dass das wie gesagt auch Concept sein würde. Das war ja nicht so einfach nur noch ein bisschen aub. Dann können wir jetzt aber auch nicht mehr kommen. Das war ja nicht. Loh. Das war ja nicht. Ihr könntest. Es ist nicht mehr, okay. Es ist nicht mehr, okay. Kann ich noch irgendwas mit drüber bringen? Ich probiere mal was. Aktuell? Nö. So. Verdammt. Das Essen. Das war's doch hier denn. So, jetzt muss ich den Mist wieder einsammeln, den ich ja hingeschmissen habe. Warte, ich komm auch schon, dann kann ich auch direkt wieder was mitnehmen und so. Nö, die Krypta ist also bis aufs Eisen, ist die leer. Naja, das wort die direkt zum Schiff bringen nämlich. Also, wie viel ist denn das noch jetzt an Eisen? Zwei Stacks auf jeden Fall. Zwei Stacks auf jeden Fall. Wir waren doch in einigen Kisten. Links war doch das Zeug hier, oder ist das schon mitgenommen? Ja, zwei Stacks. Mal gucken. Ja, zwei Stacks. Ich bin überladen. Bin laden sozusagen. Ja, ich bin wohl noch überladen. Hm? Wie politisch und inkorrekt. So. Glaubst du nicht, dass ich bei dem Laden bin? Zu wenig Spaß. Okay. Ich kann sieben mitnehmen. Ein Stack und sieben. Ein bisschen kann ich noch mitnehmen hier. Vielleicht ein oder zwei. Ich habe ja vierhundertacht von vierhundertfünfzig möglichen. Das ist jetzt schon wieder so kalt hier. Zehn. Versuch mal noch die letzten fünf. Vielleicht klappt das. Oh, vielleicht. Nee, Urhalterinnen kann ich nicht mehr. Du musst nur die Truhe zuwachen. Oder musst du ablegen sonst. Das war immer noch nicht alles abgehackt. Ja. Aber bleib. Großes Kino. Ich komme gleich noch mal dahin. Oh nein, jetzt ist hier wieder scheiße ein Dumpfmonster. Schon wieder? Ja. 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 Bitte seh mich nicht. Nur zehn Stück sind da drinne. Die kann ich nicht mehr tragen. Ja. Ich bin schon da abgehängt. Mensch, bitte mein Gürtel einfach annehmen. Das ist der Klassiker, wenn man gestorben ist. Ja. Oh nein. Natürlich hast du mich gesehen. Ist das ein Monster am Schiff? Das ist aber nicht gut. Scheiße. Ich hab keine Pfeile mehr. Haha. Ich hab auch lange am Pfeil. Sehr schlecht vorbereitet. Hinter dir sind ein paar Skelette übrigens. Oh, auch das noch. Oh. Naja, der Herr Pater verbrügelt das doch jetzt mit seinem Riesengerät. Oh. Jetzt hat's mich aber ordentlich weggekriegt. Keine Ausdauer. Oh, ich kann's ja... Oh, du hast ja schon mal gar keine Machen gemacht. Das war jetzt heischiges Frühstück. Oh.